Hallo und herzlich willkommen bei Far-Changing-Dights. Das hört schon wie chinesisch, ja. Letzte Folge sind wir hier angekommen. An den Bahnhof, an den, keine Ahnung, Kühlerbahnhof oder irgendwas. Bin mal gespannt, was wir jetzt hier machen müssen, was wir tun sollen. So, wir kleiden. Zack, ich spring mal hin. Ich tauche mal runter. Okay, es geht nicht. Da ist irgendwas zum Schieben. Na gut. Oh, okay. Das ist ja Ritual, das ist aber so eine alte Welt. Feuer hier machen. Feuer, Errungenschaft. Feuer. Okay, hier ist noch eine alte Eisenbahn. Andersrum geht es ja nicht. Okay, das Brennstoff. Oh, ich bestimme da. Wo? Äh, hopp. Aha. Gucken, mal drauf springen. Okay, funktioniert nicht. da oben ist da geht es auch noch ein Leiter, warte mal. Vielleicht da oben irgendwas. Mal schauen. Ah, ok, ok, ok. Was ist das? Ist das noch? Ah, ok. Oh, das ist ein Leiter. Warte mal, da. Warte mal, ran zoomen. Irgendwas. Was ist das? Koordinaten. Hm, rein theoretisch müssten wir uns mal, ich mach mal Screenshot, äh, F12. Rein theoretisch müssten wir das echt mal googeln, was das ist, die Koordinaten. Das muss man glatt mal machen. Ah, hopp. Ist hier noch irgendwas? Ich mach ein bisschen rein. Schlecht war es nicht, wenn du das nochmal in den Kommentar schreibst. Vielleicht wird es ja Lust hast, mal das auszuprobieren, was das da steht. Da. Ist das eine Pflanze? Könnte ich die nehmen? Ne. Ich bin mal gespannt. Das fällt. Ach, das fällt ja runter. Ok. Bumm. Sehr schön. Äh, ok. Machen wir es mal an. Komm. Ah, sehr schön. Sehr schön. Wenn ich Gummi geben. Oder Feuer. Okay. Wasu. Alles klar. Jetzt, und jetzt, und jetzt gehen wir vor. Ja. Ganz schön zu gelaufen. Was ist das? Ist das noch? Äh, ist noch was da. Ok. Ich muss Gas geben. Drauf springen, drauf springen, komm. Ich muss Gas geben. Drauf springen, komm. Ich muss Gas geben. Drauf springen, komm. Ah, ok. Wir wollen jetzt durch. Da ist noch ein bisschen Brennmaterial drin. Da ist runterfährt, ich höre jetzt nichts zu sehen jetzt irgendwie. Ok, head automatisch an oder aus. Da muss ich mal was reinschmeißen, denke ich mal. Oder? Ok. Ok, hier noch ein Stückchen. Oh, ich gebe. Na gut, ok. Was muss ich jetzt machen? Ok. Ah, ok. Oh, ich wollte. Nein. Okay, achso, wollen wir drauf springen, oder? Ein Okay. Ah. Seuriges Herz, Arunscher-Freische. Also, das ist jetzt... Aha. also gehe ich jetzt mit Dampfformen geht es in der jahre ich frage mich jetzt was das hier ist ich muss hoch blümchen das tun wir wollen wir nicht das ist ja auch ein lebewesen ein deutsch müsste ich jetzt irgendwie hoch oder um es ja ich habe ja noch brennmaterial da oben warte mal manchen in der kommende es mich auch richtig blöd und händchen schau mal ich hätte auch schon vor Schaunstein raus und Gas geben, los! Achso, ich geh mal ein bisschen Gas geben. Und bei der Granada! ja ich bin doch wunderbar sehr schön Eureka siehst du es immer vom Wind nicht abhängig ein bisschen würde man auch ein Material oder Treibstoff oder irgendwie fast so wie es kommt und 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 okay ich kann sich voll wegknallen tu mal hier unten das Blümchen Das ist ein Radar. Das ist ein Radar. Das ist ein Radar. So, 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 mal weiter schwimmen wo an die Lampe was jetzt ach so ok ich hab schon gut das Dorbrot gibt hier glaube ich kenne es weiter von oder geht so aus was ist das ach so ist also die Blume ist immer noch was zeigt immer noch was an ok alles klar schon die Lampe oder können sie verbrennen oder muss man die aufheben gucken ob ich hinten kann die Geister verbrennen ja ok gut dann gehen wir unter Gas was sagt es noch ne nix dann warte mal ich gehe mal kurz hoch mach an na los so na 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 Ob ich hier auch die Säge ersetzen kann? Ich gucke mal, oh, guck mal, was ist im Weg, mein Baum. Ich glaube, es gewinnt, stimmt, oder? Ich probiere es einfach mal raus. Ich glaube, es geht auch. und flott unterwegs cool na st stop wo ist das schweißgerät Ah, da muss ich auch noch etwas probieren. Wo ist das, Simon? Nein. Ähm, warte, warte, warte. Mach, glaube ich, die Säge weg. Mein Gätzchen wird rein. Mein Gätzchen wird rein. Da. Ah. So. Das muss man mit Feuerkraft machen. 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 Jetzt muss man aufpassen, dass der Motor heiß läuft. Das muss man mit Feuerkraft machen. Das muss man mit Feuerkraft machen. Ich bin wirklich flott unterwegs. Das habe ich hier so. Ja. Das ist ein Trainer. Oh. Was jetzt? das ist jetzt sein bank ok das wie fisch offen trocknen das ist jetzt um ein kontroller war geht Nettell. Jetzt mein Hut kaputt, was? Nee, ist nur da. Ups. Denk mitnehmen. Ich bin schon verloren. Komm. Geht nicht. Okay, haben wir jetzt ein Schweißgerät hier? Ja, einmal. Sehr schön. Wunderbar. Ach, Kätzchen. Okay, das Radar zeigt da an, oder? Ja. Ja, geht. Da ist noch was. So, das war's, oder? Was? Nee, ist noch was. Irgendwo noch was. Bisschen tiefer da oben. Ach, alles. Ach, Schweißgerät. Wunderbar. Mal Kätzchen, warte. Kätzchen. Das Kätzchen halt. So, irgendwas. Ach, da hinten. Okay, ich muss da hoch. Ähm, warte. So. Genau. Okay, mal ein Trieb ist kaputt. Sehr schön. Warte, ich tue es mal hier oben hin. Bremsstoff. Aber wir fahren erst in der nächsten Folge weiter. Schön, dass du wieder eingeschalten hast. Und sag ich mal Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Sagt der Zückli. Tschüssi. 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 Tschüssi.